Mehrere Millionen Afghanen, die auf gepackten Koffern sitzen, die haben zwar noch einen weiten Weg vor sich, aber auch die werden das zu großen Teilen schaffen. Ich gebe aber zu, da ist der Westen nicht ganz unschuldig an dieser Wahnsinnssituation. Ich persönlich habe gegen diesen Krieg von Anfang an meine Meinung gebildet und habe es auch öffentlich gesagt, seit 2001, es war eine westliche Lüge, die Afghanen hatten nichts mit 9-11 zu tun, egal welche Version von 9-11 man nur glaubt, Afghanen waren es nur ganz sicher nicht. Das war aber die Begründung für den Einmarsch in Afghanistan. Seit Ende 2001 ist die NATO im permanenten Verteidigungszustand. Das weiß nur keiner. Wir sind, wir leben hier im Krieg mit der NATO, seit 20 Jahren jetzt. Und jetzt haben sie es gemerkt, nach 20 Jahren könnten wir mal raus. Und jetzt sind alle überrascht, dass innerhalb von nicht mal 8 Wochen das Land wieder zurückerobert wird von den Steinzeit-Taliban. Ach nee, wer hätte es gedacht? Das wird so ähnlich laufen wie damals in Vietnam, wann war das? 1975, als der letzte Hubschrauber rauskam von der US-Botschaft und die letzten Leute nur rausgebracht hat, die also damals mit den US in der Botschaft, Botschaftsangehörige und so Sachen. Das wird in Kabul in den nächsten Wochen laufen, ganz brutal. Und das ist ja dann nur der Anfang. Dann wird wieder die übliche Säuberung gemacht von den Taliban. Das ist überhaupt keine Frage. Die werden das Kalifat ausrufen mit allen Konsequenzen. Alles, was irgendwie westlich wurde in den letzten 20 Jahren, wird zurückabgewickelt in nicht mal 20 Monaten, wahrscheinlich nicht mal 20 Wochen. Das gebe ich Ihnen schriftlich. Das ist brutal, was hier abgehen wird. Und ja, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Also die AfD hat da jetzt noch keine endgültige Meinung. Aber wir waren schon seit 2017 immer konsequent einhellig gegen diesen Einsatz. Immer. Und eigentlich hätten wir es seit 2001 sein müssen. Wir haben Herrn Hohmann in unseren Reihen. Martin Hohmann, der kommt ja von der Union und war 2005 schon ein bisschen abtrünnig von der Union. War aber noch Mitglied der Fraktion oder zumindest noch in der CDU. Und er hat mir eine Rede gegeben als Kollege von 2005, wo er alle Probleme in Afghanistan im Bundestag bereits auf den Tisch gebracht hat. Alles vorausgesagt hat, was jetzt gerade hier passiert. Und es passiert halt jetzt. Man hat es 15 Jahre mit Waffengewalt noch irgendwie unterdrücken können. Aber es war klar, man kann dieses Land nicht auf westlichen demokratischen Standard bringen. Das ist einfach Hybris. Das ist verrückt. Und wir haben noch viel mehr von diesen Einsätzen abgelehnt. Nicht alle. Die AfD-Fraktion hat es sich nicht leicht gemacht. Wir haben teilweise auch Auslandseinsätze zugestimmt. Also im Prinzip hat der Arbeitskreis Verteidigung die Kollegen einen recht guten Job gemacht. Zugestimmt haben wir zum Beispiel irgendwelchen Einsätzen auf See, vor dem Horn von Afrika, Somalia, wo es gegen Pirateneinsätze ging, wo die deutsche Handelsflotte geschützt wurde, unter anderem die deutsche. Da kann man auch mal zustimmen.